Leute, jetzt geht es richtig ab. Jetzt haben wir hier Master Gameplay. Ich habe vier echte Master in meinem Team. Blu-ray ist Grand Master, der ist Master, Green Bands auf Master Main Account und er ist auch Master und ich bin Gold. Gold 2. Oh boy. Ich pre-pick mal wie die. Das könnte sehr, sehr hart werden und ich glaube bei den ersten Losers werde ich auch die Gruppe verlassen, weil ich habe jetzt keinen Bock mich noch weiter runter zu spielen. Hier gegen Master Leute spielen, weil die Gegner werden auch sehr wahrscheinlich die am Master sein. Möge Elun uns Stärke gewähren. Geht Diablo, sagt er. Möge die Spiele beginnen. Okay. Ja, Blu-ray ist. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Ich kann euch ja kurz die Accounts zeigen. Großmeister 81. Diamant 1, der will heute Master werden. Green Bands Master. Und wir haben hier einen Master Genji. Das wird übel, sag ich euch. Das wird richtig übel. Ja, ich werde mein Bestes geben. Wie immer. Aber ich glaube, ich munkel schon, dass das ein Spiel werden wird, wo es an mir liegt. Das wir es nicht schaffen. Wo es definitiv an mir liegt. Das soll jetzt nicht heißen, dass es sonst nicht an mir liegen würde. Aber sonst haben wir immer solche Noobs dabei. Und jetzt haben wir Only Master. Ja. Chen finde ich cool. Auf der Karte. Kann was. Wallah. Nichts hält den Schwarm auf. Folgt meinem Ohr. Keltusat, oh nein. Ich bringe Pandemonium. Ja, und wofür ist mein Shield jetzt, oder was? Soll ich ein Diablo shielden? Jopp. Jopp, jopp, jopp. Gold 2, Grand Master. Dia 1, Master, Master. Master, Dia 2, Master. Dia 2, Master. Oh Gott. Oh Gott. Ne, da mach ich mir in die Hose. Ich glaub, da hab ich nicht lange Lust drauf. Ja. Ich glaub ich mal. Nein. Ein eigenes Schicksalsschreiben. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, die wissen schon was zu tun, Alter. Die wissen was zu tun. Ich weiß doch nicht, warum der Waller genommen hat. Ich dachte, da kommt ein nicer Melee DD. Hat er nicht gesagt, der spielt Melee DDs Main? Ja, CD gehabt. Ich trau mich gar nicht aggressiv reinzugehen, um meine Stacks zu sammeln. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Ja, das sehe ich auch so. Ja, und jetzt haben sie beide. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben keine Chance. Wir kommen nicht ran. Wir kommen. Wir kommen nicht an. Wir kommen nicht an. Wir kommen nicht an. Wir kommen nicht an. Aber wir haben nicht an. es steht viel auf dem spiel Wahnsinn hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Sind aber alle so low, ne? Ja, das ist gut. aufwärts Scheiße Keine Chance Nicht genug 30, 30 Stacks habe ich Ja, die sind auch ein Level hinten Ja, die sind auch ein Level hinten Die Scherzen eliminiert Die sind nicht 10 Das wissen die alle besser als ich Ja, und zwei Leute sind top jetzt Komm, komm Ja Sehr gut, sehr gut, sehr gut Sturk Master Oh Oh Oh, Chen ist tot Oh Wacka wacka wiki wu Oh Ich werde das 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 Was Ja Ich werde das Oh Schwab Lanes 3-Bank machen am besten. Alle top. 1-Bank. Scheiße. Mein Ulti war glaube ich gar nicht so schlecht um das zu safen, aber... Ah, ich kann auch keinen richtigen Schaden machen, weil ich komm nicht ran. Gott, das war's. Ja, unser Grandmaster ist viermal gestorben. Schön gemacht. Auf dem Green ist Verlass, ne? Eure Zeit bleibt sich dem Ende zu. Und schon wieder durchführen. Was ist das? Wofür er fast benutzt? Das war der Throw. Das sind Master, Leute. Warum fasst der da rein, fängt ein Boss an und dann werden wir überfahren? Wir waren im Level hinten, Alter. Das war's. Nein, keine Ahnung, Alter. Das war's für heute. Nee, das war nix. Mir ist überhaupt nicht gefallen. Ich mein gut, ich war vielleicht zu vorsichtig. Mag schon sein, dass ich nicht auf Masterniveau spiele, aber die Aktion vom Chen war nicht so geil. Das kostet. Das kostet. Das kostet. Das kostet. Das kostet. Das kostet. Das kostet.